Ja, das ist ja auch gut. Ich krieg nicht alle in die Kamera. Das wird nix. Manchmal ist es die Team-Kopulation. Ja. Vor allem im Gegenteil hat man das Spiel. Wie sieht die ab? Und was cooles? Oh mein Gott, es ist halt Young Link, Kirby und Fikachi. Ja! 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 Ja, ich hab die... Es ist tatsächlich, im deutschen Nullset gibt es Bands. Ich hab das mal überprüft. Ich hab immer gelogen, scheinbar. Wie, was, wo gibt es Bands? Damals. Ich dachte immer, das wäre nicht so. Weil ich glaub, außerhalb von Deutschland ist es nicht so. Aber Deutschland hat ein richtig... Warum spielen wir nicht nach den richtigen Regeln? Ja, weil wir Hurensöhne sind. Es ist so random. Es ist so... Digga, genau wie die Modified Superfood... Oh mein Gott, die Recover Deutschland zu sagen hat. Diese Modified Superfood... Oh, ne Kirby-Side! Shit, ey. Digga, die haben ja das Single Recovery gemacht. Also Kirby und Young Link ist halt so... Okay... Oh mein Gott. Das war gestört. Er hat einfach... Was hat der gemacht? Ich weiß nicht... Down-Air... Nee, Up-Till to Down-Air to F-Smash... Irgendwie sowas ganz Bescheuertes. Einfach von hier nach hinten. Und der ist aufgestanden. Der ist aufgestanden. Echt? Ja, das war wirklich Pop-Off-Working. Er hat nur seinen Partner geklickt. Schick mir den Twitch-Clip, bitte. Ich weiß nicht, wie wir das... Wir können Clips in Post-Clips machen. Ja, Video 3 immer Bands. Ich dachte halt auch, dass... Dass das immer ohne Bands ist. Weil es halt eigentlich auch irgendwie... Keine Ahnung, eine ganz sinnvolle Regel ist. Und ich glaub im amerikanischen Rollset ist es... Was? Also im amerikanischen Rollset ist es, glaub ich, sogar ohne Bands. Aber... Egal, keine Ahnung. Wir sollten nach dem amerikanischen Rollset spielen, oder? Weiß ich nicht. Ja. Ja, wir sollten nach NTSC spielen, oder? Ja, auf jeden Fall. Kommt die Stimme zu, dass wir NTSC spielen? Nein, nicht NTSC, sondern wir sollten... Okay. Okay. Das halten wir mal so fest. Clip that. Clip that. Clip that. Ja, ähm... Ja, ähm... Ja, ähm... Ja, ähm... Ja, ähm... Ja, ähm... Käse... Allein... Allein, dass du das denkst, sagt genug über dich aus. Als Mensch, so. Ohhhh! Ohhhh! Er hat nichts damit gemacht! Ich hab mal mit Käse in PM-Doubles gespielt. Und da hat er Kirby gespielt und dann so... Mit Kirby aufgesaugt und den Gegner so rausgespuckt und ich hab ihn Dropzone nie. Das war so witzig. BAB activated. Es gibt Buns! Ja, das ist nicht. Warum sollte man nicht BAB geben? Wir BAB alles außer Fettes und Meeren. Ey guck mal, Banane hat den Glück gemacht. Geil. Ist es Banane-Moderator oder wie? Ich weiß es nicht. Wieso geht... Wieso kann er posten? Ich weiß es nicht, aber ich bin dankbar. Schuck mal drauf. Guck jetzt. Danke, Banane. Ja, man sieht... Man kann die Clips vom Kanal auch hinterher sehen. Die haben ja eine Sticker-Recovery gemacht. Oh! 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 Clip den Scheiß, Alter. Das war krank. Guck mal Beaters an. Wir haben ja eine Sticker-Recovery gemacht. Also, Kirby und Youngling ist halt so... Okay... Oh! Beat your ship... Beat your ship für PR-Kombo-Video. When? Jaja, okay. Er hat ein eigenes Kombo-Kabel? Wie Kabel? Von der Wii? Das ist schon in der Russland-Seite. Guck mal in der Russland-Seite. Da, hey, einfach. Da, in einem Saturn-Frei. Ja, halt. Wieso ist das kaputt? Oder frag, ob jemand anderes eine Wii hat. Abwehr, Down-Air, F-Stack. Ja. Ab Smash, Ab-Tilt, Abwehr, Down-Air, F-Stack. Warte mal, ihr habt zwei gewonnen. Also, was? Ja! Ich verstehe! Ich verstehe! Man muss doch mal, wie Grafik-Kabel nicht haben. Ja! Paul! Ich verstehe! Was? Was? Das war krank. Äh, wer warst du? Alex und Buzzer, oder? Okay, ihr könnt direkt gegen... Oh, scheiße. Da hab ich nicht drauf geachtet. Ihr könnt direkt gegen Zerruzi an Wieskörn weiter. Ich hab den auch gefasst. Ich hab den auch gefasst. Ja, ich hab den auch gefasst. 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 Weißt du, dass du mal eine Dauerschleife laufen hast? Ich hab immer, wenn einer es hat, so... Immer, wenn einer es hat, wird sich kleine Bildchen eingefügt bei den ganzen Screen. Und dann die Combo, Alter. Wie viele Zuschauer haben das? Ähm, superviele. Das ist die beste Pikachu-Pombo hier, die gemacht wurde, Alter. Oh, scheiße, superviele. Das sind nicht mehr Ex-Combo. Das war krank. Äh... 36 Zuschauer. Wir haben mehr als der Rerun von Shine 2018. Wuuuuh. Geil. Ja, diga krank. Wir müssen gegen den Gewinner von Reisbeugern fällig kotzen und Polo auf dem Stream. Bitte, bitte followt dem Stream, sonst könnt ihr, dann können wir bald Partner werden. Und wie sehen das zu supporten? Dann können wir Bier von unserem Sub-Gate kaufen. Geil. Dann brauch ich erstmal eine Coca-Cola TM. Coca-Cola TM. Nur bei jedem Donnerstag reloaded. Ja, genau. Ja, alles klar. Aber gut, dass ihr noch mal vorbeigekommen seid. Wenn Traum erwarten ist, dann wirst du Zeit eigentlich. Sag, du wirst jetzt nicht... Nee. Ich sag Bananefragen, wenn wir dicht machen. Soll ich's Open End schreiben? Was? Bananefragen, wenn wir dicht machen. Ja. Ist schon ziemlich Open End. Aber... Ähm... Aber wir, 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 wir... Also sobald das Turnier vorbei ist irgendwann... Wir machen vielleicht noch eine halbe Stunde dann. Oder eine Stunde. Bisschen Freeplay, vielleicht Cruise oder so. Aber wenn das vorbei ist, machen wir halt After Party. Dann wird hier halt gesoffen und Bier von gespielt. Mhm. Das hat sich schön gelbe. Ja. Dennis! Finis! Da! Komm her! Komm her! Haki ist hier! Wir machen jetzt Fantasy. Nee, ich mach so nicht mit. Kleiner Co, ey. Ficka! Traum, willst du fett, dass ihr mitmachen? Nein, ich hab... Tritt, willst du fett, dass ihr mitmachen? Bananefragen... Was ist denn los? Was ist denn los mit euch, das Haki mitmachen? Haki? Kleines mitmachen. Ja, so ein kleiner Einsatz. So drei Euro. Ja? Traum, machst du Glück? Nein! Das wird richtig zick, aber... Ficka! Sag's, wir haben beides. Okay. Oh! Mein Vorschlag ist, wir wählen jeder vier Spieler im Winners. Zwei Spieler ein Amateur-Racket aus. Und irgendwie... Keine Ahnung... Jeder... Jeder Win... Also, irgendein Match-Count mit seinen Punkten quasi. Zwei 1 ist 1 Punkt. Drei 0 ist 3 Punkte. Ja. Ist das gut? Ja. Okay. Wie ist das hier? 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 Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Ey, ihr Janker. So gut, Alter! Clip den Scheiß, Alter! Wie finde ich Schaden macht das denn? Nein! Ich mache alles zu... Alter, das ist ja so scheiße. Bring it back. Okay, das ist mein Lieblingsteam. Okay, das ist mein Lieblingsteam. Was? 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 Ich will das Spiel mal vor. Das Spiel Dennis jetzt.